Und wir schauen auch, wie es ausgeht bei Austria Klagenfurt gegen Hartberg. Ein Tipp? Ganz klar. 0-5 hoffentlich. Da schwingt natürlich viel Hartberg mit den Hans-Basi. Ich glaube, da ist irgendwo ein Strich im Hintergedanken. Schwer zu sagen, aber die Hartberger, und auch da hat man gemerkt, schon Hut ab auch, wie schnell man auch die Handschrift von Marco Schopp da auch sehen konnte, auch gegen uns. Da war schon eine gute Leistung für uns notwendig. Umgekehrt haben wir sehr viel Lob von Marco Schopp eingeheimst. Also auch sehr spannend zu hören, wenn dann Fachleute uns einschätzen. Aber in dem Fall glaube ich, dass die Hartberger gewinnen werden.